Was geht bei der positiven Freunde? Mein Name lautet Danny Justin und weiter geht's bei The Walking Dead Season 2 Episode 2 und 5 Tage später. Wir haben uns auf eine kleine Reise begehen, weil wir da nicht mehr bleiben konnten, weil wir in diesem Haus nicht mehr sicher waren. Und mich wundert es etwas, dass der Typ mich nicht getötet hat irgendwie. Das Haus. Sie sehen was? Sie können sich selbst unter anderem laufen. Wir sind auf eine Spiegel gegangen. Es gibt einen Bus oder etwas. Das Haus. Es wäre ein Resort des Schlaubs. Ich habe niemals in Schlaubs gearbeitet. Ich hätte niemals nachschauen können. Es war aber nicht so schön. Hier, schlaft das. Naja, wenn da niemand Sinn lebt, ja, aber... Wir müssen die Brücke überprüfen. Los geht's! Hold on, jetzt. Wir können nicht alle überprüfen, okay? Wir sind da draußen, dann werden wir geholfen. Gehen nach dem Meer wird zu lange dauern. Genau, aber wir haben keine Ahnung, wer da draußen ist. Ich werde überprüfen, damit es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe bringen. Du denkst, dass die Gruppe überprüfen ist eine gute Idee? Ich habe noch nie gesagt, dass es eine gute Idee ist, aber es ist besser als zu riskieren, dass alle alle einmaligte. Was ist Ihr Plan? Clem und ich kann überprüfen, dass wir uns auf der anderen Seite warten können. Wir haben eine schwierige Zeit, wenn wir von hierher kommen. Wir werden einfach zurückkehren. Wir werden einfach zurückkehren, wenn es geht. Clementine sollte hier bleiben bleiben. Sie ist... Sie ist... Sie ist... Sie ist nur eine kleine Frau, Luke. 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 Ich kann das. Ja. Ja. Es wird gut sein. Wir sehen uns in zehn Minuten. Just watch for a light at the far side. Ich kann gehen, auch. Sie bleiben mit der Gruppe. Ich bin gut, Luke. Ich mag das nicht. Ja. Wann ist das letzte Mal, dass du was liefst, Carlos? Wenn etwas passiert, werde ich dich überprüfen. Komm. Er sieht extrem aus wie Carlos, finde ich, mit seinem Bart und so. Oder wie findet ihr das? Ich finde, Carlos passt perfekt zu ihm. Hey. Ähm. Sorry about that. I just... I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs. You know, what do you think they're all after? Sicherheit. Safety? Close. Familie? What's the only thing a guy would walk hundreds of miles to get back? Something you can't just find. Family? It's a tough world out there without people you can trust. Naja, aber die Gangster, ich glaube nicht, dass die sich um die Familie kümmern irgendwie. Okay, I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. I'm not my place to talk about someone else's past, you know? I don't wanna upset her. Me neither. Hmm. Can't shoot them. Too much noise. Stoppen wir sie uns. Let's take them. I like your style. Ich bin cool, huh? Habt ihr schon mal so'n cooles Mädchen gesehen wie mich? I'll take the big one. You get short. Wish we could use guns. We should be okay. I think. Ich übernehme den kleinen lieber. I'll take the small one. Good. Let's do it. Macht euch bereit. Mit meinem Hammer werde ich jeden erledigen. Boom bitch. Boom bitch. Boom bitch. Whoa. Go ahead. Give it a good pull. Get your gumfrey. I know. I've done this before. Remember? In a shed. Boom. Boom. Nice work kid. Wow. Ah. Ah. Man. Yolo. Yolonski. Okay. 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 Oh-oh. Hinter uns auch welche oder was? Hmm, bin ich an die Säle. I can't reach. Oh nein, nach oben. Boom. Ins Gesicht, du Schlampe. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck xx links daneben Tritzi! 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 Ich gebe ihm das Ja, hat gut geklappt, auf jeden Fall Alles wird gut Und jetzt kommt ein Zug Und er fährt uns Und alles war umsonst Und alles ist vorbei Kein Ding Also was ich machen würde Ich würde mich erstmal 10 Minuten hinlegen Weil ich es nicht fassen konnte, dass ich das überlebt habe Okay, in Wirklichkeit würde ich auch weiter gehen einfach Aber trotzdem Was soll ich sein? Ähm, ich bin Clementine Ich bin Clementine Und das ist Luke Clementine Und Luke Von Star Wars Ich bin kein Arsch Ja, ich mach das lieber Ja, ich mach das lieber Das ist Christa gesehen Das ist eine große Migration des Dazed Ich bin kein Arsch Ja, ich bin kein Arsch Ich habe Essen und Und wenn du... ...wollt... 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 Nicht, 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 er ist mit uns. Nick! Nein! Nicht schießen! Nein, er war so nett. What the fuck? Er wird mir extrem unsympathisch, er erinnert mich ein bisschen an Tom. Tom ist auch so ein Zottel irgendwie. Halt die Klappe, Nick. Er wollte überhaupt nichts tun. Ich weiß, was ich sah. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him! You think he was with Carver? I don't know, I... No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Look, can I talk to you alone? Hey, Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you, I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. Well, that man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. You could use a little downsizing. You're one to talk. Er hat nicht gelogen, er war so nett. Thanks, Clem. No problem, man. You're welcome. Du suche die Haltestation nach Essen. Okay, okay. Ich will mit ihm nicht reden. Ich mag ihn irgendwie gar nicht so. Weiß nicht, er nervt mich, er. Wieso hat er einfach geschossen? Er hätte jeder sein können. Stimmt aber auch. Aber trotzdem. Ich wusste, ich hätte die Uhr mitnehmen sollen. Ich wusste es. Wisst ihr noch? Uhr geben. No problem, man. You're welcome. This means... Thank you, Clem. No problem. You know what? I'm gonna go talk to them. Muss ich da sein, ja, ne? Muss nach Essen suchen. Leere Dosen. Ich schaue sie erst mal an. Diese Truhe sieht vernünftig aus. Ach, verdammt. Wahrscheinlich ist da was drin, ne? Ein Messer. Kann man immer gebrauchen. Zur Verteidigung. Zum Essen schneiden. Für alles irgendwie. Feels pretty good. Feels good. Gute zum Schlafen. Cool. Würde ich mich gleich reinlegen. War er alleine? Ja, ne? Wahrscheinlich. 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 Es ist tot. Es ist tot. Das Radio ist tot. Bitte. Beleb jemand das Radio wieder. Äh. Um nee zu sein, ich finde hier gar nichts wirklich, außer diese Truhe hier. Ah. Damit das Messer können wir jetzt aufmachen. Kuh. 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 Der hat eine voll basterlastige Stimme. Ja, er hat Essen. Mann, verdammt, Nick. Nick hat viele seine Leute verloren, das ist sicher. Aber das gibt ihm keine Erklärung, um zu spüren auf die Stimme zu spüren. Er war great. Sein Uncle just died. Ja, das ist wahr. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich zurückkehre. Ich sage nur, ich meine, hast du schon immer jemanden, die so etwas machen? Ich möchte, ja, eine Frau in unserer Gruppe. Wisst ihr noch? Was ist eigentlich, ich frage mich, ob sie überlebt hat. Vielleicht ist es sogar sie. Natürlich. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, well, she's eaten for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never... Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows, we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. What the hell is that? Uh-oh. Uh-oh. Come on, Chris. We got a problem here. Yeah, we saw it. Alright, we're heading up. Okay. Also in diesem Part, ähm, das Ding ist, er hat mich ja gefragt, ob wir schon jemals eine Person in unserer Gruppe hatten, die man einfach so erschossen hat. Und ja, das gab es. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber es gab es. Und es gibt drei Möglichkeiten, entweder es ist unsere schwangere Freundin, die wir am Anfang der Season 2 verloren haben. Es ist der Vater von Duck. Oder es ist die, die die einfach erschossen hat. Wisst ihr noch? Die Namen. Ich hab jetzt Probleme mit den Namen, um mir alle zu merken, weil es hier so viele gibt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Entweder es ist sie. Und wenn es sie ist, dann bin ich extrem sprachlos. Okay? Also dann bin ich extrem sprachlos. Vielen Dank für seine Schauen, Bewertung, Kommentieren nicht vergessen und abonnieren meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich wie immer, nur noch 3, 2, 1. Ciao! 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 Ciao!